Laurencia, MVP. Was bedeutet dir die Auszeichnung? Es ist eine riesige Ehre. Die Saison macht es perfekt mit den drei Titeln, die natürlich auch sehr viel bedeutet. Und dass man dann noch einen Award für die persönliche Leistung bekommen darf, ist eine sehr Ehre. Du hast ja nicht nur die Medaille gewonnen, du hast auch sehr, sehr viel dazu beigetragen. Ich denke an die Buzzerbeater, die du gehabt hast. Hast du hier noch Flashbacks? Kommt da plötzlich wieder eine Szene des Spiels oder ist das schon an die Akte angelegt? Die Szene, die ich drei Sekunden vor Schluss schiesse, ist schon noch in meinem Kopf. Ich kann mich noch genau erinnern, wie es war. Und genau das, was ich verschiesse. Es ist schon noch präsent, all die Erinnerungen von allen Spielen, die so knapp waren. Ist das auch die Motivation, die dich durch den Sommer, durch die harte Vorbereitung ein wenig trägt? Ja, sicher. Das Gefühl wieder zu haben und auch mit Ausblick EM und so viele Highlights, die anstehen. Das ist sicher eine riesige Motivation. Wo stehst du schon in einem Jahr? Ich weiss noch nicht. Hoffentlich wieder da. Und hoffentlich wieder mit Titeln. Das hoffen wir auch und wünschen dir alles Gute. Danke vielmals. Danke vielmals. Danke vielmals. Danke. Danke vielmals. Vielen Dank.